Beim Eiweiß zu sich nehmen sind wir beim Thema Gicht. Gicht ist ein Risikofaktor für die Harnsteinbildung. Das bedeutet, dass wenn der Harnsäurespiegel zu hoch ist im Blut, auch der Harnsäurewert im Urin zu hoch ist und dadurch das Risiko der Harnsäuresteinbildung erhöht ist. Also da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang. An Maßnahmen für die Prophylaxe zur Harnsteinbildung ist natürlich an erster Stelle das Trinken. Man muss sich vorstellen, dass alle Substanzen, die über den Urin ausgeschieden werden, in entsprechender Konzentration auskristallisieren können und Steine bilden können. Und je höher diese Konzentration ist, umso höher ist das Risiko. Das heißt, in dem Moment, wenn ich sehr viel trinke und als zweites mich natürlich noch entsprechend gesund ernähre, dann sind auch nicht so viele Substanzen, die auskristallisieren können im Urin. Aus urologischer Sicht ist natürlich wichtig, vor allem viel zu trinken. Das heißt, dass der Harntrakt regelmäßig durchspült wird. Sie müssen sich das vorstellen wie, wenn Sie einen Swimmingpool im Garten haben, in dem das Wasser nicht ausgetauscht werden. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich dort Keime und Probleme bilden. Je häufiger neuer Urin gebildet wird und wieder ausgetauscht wird, umso geringer ist das Risiko im Harntrakt, dass sich entsprechende Entzündungen oder andere Erkrankungen ausbilden. Was ist das Risiko für den Harntrakt? Urologen sind selbstverständlich auch für Frauen zuständig. Urologen sind ja die Ärzte für den Harntrakt. Und Harntrakt haben Frauen genauso wie Männer. Das heißt, alle entzündlichen Veränderungen des Harntraktes, alle Tumoren des Harntraktes, auch Harnwegsinfektionen zum Beispiel, was ja ein ganz großes Thema für Frauen ist. Das spielt alles in das Thema Urologie und wird natürlich auch von Urologen behandelt. Und Wärme ist natürlich immer das Beste gegen Infektionen. Das ist gar keine Frage. Das heißt, das Nieren warmhalten ist natürlich immer eine gute Prophylaxe gegen Harnwegsinfekte, Nierenbeckenentzündung, ist aber nicht das einzige. Also die Ursachen, wenn jemand zum Beispiel häufig Nierenbeckenentzündungen oder Harnwegsinfekte bekommt, sind sehr vielschichtig und müssen dann auch entsprechend untersucht werden und eventuell behandelt werden, dass diese Infektionen nicht immer wieder auftreten.